Hallo und herzlich willkommen zum Sports Tuesday. So, hier machen wir mal Spielplatten. Hannover 96. Ich weiß, Hannover ist schon abgestiegen. Bei mir noch nicht. Ich spiele gegen VfL Bochum. Noch mal kurz gucken, was das war. Ausgaben 1,2 Millionen. Oh, ich habe schon Plus gemacht. Das hat sich doch gut an. Nein. Ja, das war alles so. Ich wollte die Taktik ein bisschen ändern. Hatte ich die schon geändert? Stimmt, hatte ich schon. Ich glaube, es war jetzt gerade nur noch Start. Ich habe ja schon alles fertig gemacht. Ist ja noch Freundschaftsspiel. Starten wir, starten wir in den Ruhrstadion. Ah, Partie austragen. So, vierfach die Schwimmigkeit. Sonst weiß ich nachher wieder nicht wie der Tor weggeht. Jetzt gehen wir gleich von Anfang an den Tor. Oder wir machen so erstmal den Tor. Hallo, war es rot? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich mach den Tor weg, bevor die Abkunft bleibt. Kann ich denn eigentlich was in der Taktik geändert? Und... Und... Und haben wir hier... Anweisungen... Ja... Einmal... Ok... Ok... Dann haben wir nichts geändert... Ja... Ja... Komm... Ja... Arsch... Ja... Es geht um... Ja... 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 Das war's! Das war's! Das war's! Wenn wir noch ein paar Schießen, dann mache ich schnellere Geschwindigkeit. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ja, das ist ein Ja, das ist ein Ja, der ist ein Ja, das ist ein Ja, das ist ein Hallo von Europa, tschüss da ein paar. Wow. 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 Na, schießen wir noch ein paar oder nicht? Kann doch nicht wahr sein. Kommt schon Leute. Oh. Kommt schon. Oh. Oh. Ah, ein verletzter, das ist ein Mittelfeldspieler und da packen wir rein. Ein linker Mittelfeldspieler ist das. Defensive Mittelfeld links. Warte mal, das ist Güselem, Güselem? Sup. Okay. Und stoppen. Oh. 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 Das ist noch ein Tor, Mensch. Ach, Benno, was macht ihr denn da? Okay, jetzt sind wir in der Halbzeit gelandet und müssen mit den Leuten reden. Leute, ihr habt gut gespielt, ihr könntet vielleicht noch ein bisschen besser spielen, aber es ist ja nur ein Protospiel. Also, was könnten wir ändern? Ich fand euer Zweikampfstil war ganz okay gewesen, einen Verletzten haben wir ja, ohne Verletzten wäre es besser gewesen. Ähm, Passspiel machen wir direkte Fesse, nicht mehr Variable, Tempo, halte mal normal, Geschwindigkeit. Ähm, die Mentalität, offensiv, ach, das machen wir normal, auch wenn ich offensiv spiele. Ähm, wissen wir mal, was sind jetzt die, äh, Klasse, Variable, Wrestling, eigene Hälfte. So, das war das, was ich euch sagen wollte, dann haut mal rein an die Funde und gehen mal ein bisschen schneller. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. 2 oder so schärfe ich einen mitgekippen 6 Uhr 04. 93, 94, 95, 96, 96, 96. Ach ja. Und... 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 Yes! Da bin ich noch. Und... Und... Ja! Ja! Danke! Ja! 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 Habt ihr noch ein paar Schiefen hier oder nicht? Das sehen wir klar. Es sind nur von 10 Minuten. Also, es ist schon echt nicht so gut, aber von 10 Minuten. Beiditert mit einem Reifen. Körnopfer, Körnopfer. Beiditert, was ist ein repertoire. Der 4-1. Körnopfer, Körnopfer. Körnopfer, 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 Körnopfer. Körnopfer, 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 Körnopfer. Wir haben hier noch ein 92er, der geht aber hoch, dann haben wir hier den 90er raus. Machen Sie das Mittelfeldzentrum. Machen Sie das Mittelfeldzentrum. XWD noch ein und kommt hoch, hoch, hoch. Der ist gleichbleibend. Ich habe hier noch einen Stürmer, der auf 100% ist. Naja, ist egal. Auch wenn wir hier den Bein vielleicht noch. Nimm mal die Sahne raus. VZ-Verteilungszentrum, Vertikulzentrum, V-Verteilungszentrum. Nimm mal die B-B rein. Da muss ich auch mal Scheinwasher können. Und Schulz. Zum Beispiel auch mal raus. Auch der Zentrum. Naja, da haben wir gerade rausgefallen. Können wir ja nicht wieder rein tun. Das ist ja ein bisschen doof. Den haben wir auch rausgefallen. Ich glaube, der hier. So. Und weiter geht's. Okay. Na gut. Dann kommt Sakai nicht mehr rein. Gegen wen? Gegen Schulz war das. So. 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 Die kamere und administrative. Hier kann ich noch mal dreimal wechseln. Ich kenne das mit batterischen Spielen. Siehmal wechseln. Ist ja nicht schlimm. Appetit! Biotaka, Hage war unser bester Spieler! Jetzt habe ich den Ton aufzumachen. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Scheiß-Geräusch. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt mit seiner Verletzung? Manche Verletzung... ...dass er nur kann. Durchschnittdatum am 29. Juni. Warte mal, bitte. 29. Juni. Denkplatzgeruch. Das scheint noch alles gut zu sein. Und jetzt spielen wir den Kräuter für. Ich habe Minus gemacht. Aaaaah! Das ist das letzte Freundschaftsspiel. Anpfeifen. Und los geht's. Hier sind die Roten. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 3. Na los, kaputt. Das war's. Das war's. Ich hab schon nichts gesehen, aber ich hab gehört. Das war's. 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 Von Joel schießt ein Tor, sonst gibt es gleich Ärger im Pausenraum oder in der Umkleidekombine. Und... Ich freue mich, dass die Nürnmesser Pause hat. Kann doch noch was sein. Haltzeit. Heute kommen wir alle mit rein. Eure Zweikapsüle ist normal. Müsste ein bisschen härter reingehen. Auch wenn es nur ein Vollstandsspiel ist, aber ich will gewinnen. Das Tempo lassen wir auf normal. Spielmentalität war bei Offensiv-Spiel Variable. Deswegen nicht nur in eigenen Hälften, sondern überall. Habt ihr das verstanden? Dann zeigt, wie man spielt. Das war's. 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 So, einen schon haben wir gespielt, es ist noch kein Tor kursiert, da müssen wir jetzt etwas ändern. Wir gehen hier mit 91%, aber der geht auch mit 95, 94, 93. Lassen wir noch ein bisschen weiterspielen, zurück zum Spiel und starten. So, ein Tor! So, ein Tor! So, ein Tor! Das war's. Man, she's the mentor of you. Man, she's the mentor of you. Noch 10 Minuten. Jetzt muss hier mal was passieren. So, wir hauen dich raus und setzen rein. Obwohl, der hat 9 Punkte. Der ist schlechter. Aber egal. Seine Moral ist nicht gut. Offensives Mittelfeld. Ich hab gar keinen, um ihn auch zu wechseln. Nein. Ach komm, setz mal in Stürmer rein. Subitsch. Wir ändern jetzt noch die Formation. Wir spielen jetzt noch auf 4-4-2. So, und weiter geht. Da haben wir ja verschrieben. Verbrauchstelle. Und... Für Anweisung, pressen überall offensiv Tempo schnell. Ich will ein Vorschießen. Dann... Ich will ein Vorschuss. ein Kräuter für Ach mann Kann doch nicht wahr sein, ein 0-0 Ich hab schon wieder vergessen den Sound auszumachen Mensch Okay Okay Das war's für heute Ich wünsche euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao